Hallo Freunde, mit diesem Video beende ich für mich das Pilzesammeln in diesem Jahr. Ich hatte großen Spaß mit sehr schönen Pilzen. Ich habe die Natur genossen, ich habe neue Menschen kennengelernt. Ich möchte an dieser Stelle auch Danke sagen, dass ihr euch meine Videos immer anschaut. Und jetzt, Freunde, wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.